Das Bruchwegstadion, eine Ikone des Mainzer Fußballs, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Eröffnet 1929, diente es über Jahrzehnte als Heimspielstätte des ersten FSV Mainz 05. Die enge Verbindung zwischen Verein und Stadion prägte die Identität der Mainzer und machte das Bruchwegstadion zu einem Ort voller Emotionen und Erinnerungen. Die Geschichte des Bruchwegstadions ist eng mit der Geschichte von Mainz 05 verknüpft. Von den ersten zaghaften Schritten in den unteren Ligen bis zum Aufstieg in die Bundesliga, das Stadion war immer dabei. Die alten Stehplätze, die mit der Zeit immer wieder erweitert und modernisiert wurden, erlebten unzählige Höhen und Tiefen. Unvergessliche Spiele, dramatische Siege und bittere Niederlagen. Das Bruchwegstadion hat sie alle gesehen. Mit dem Bau der neuen Mewa Arena und dem Umzug der Profimannschaft hat sich die Rolle des Bruchwegstadions verändert. Dennoch bleibt es ein wichtiger Bestandteil der Mainzer Fußballfamilie. Als Heimstätte der zweiten Mannschaft und des Nachwuchsleistungszentrums dient es weiterhin als Brutstätte für junge Talente und trägt dazu bei, den Fußballnachwuchs in Mainz zu fördern. Die Umbenennung des gesamten Stadionareals in Wolfgang Frank Kambus ist eine Hommage an einen der bedeutendsten Trainer in der Geschichte von Mainz 05. Wolfgang Frank hat den Verein geprägt und unvergessen gemacht. Mit dieser Namensgebung wird sein Vermächtnis gewürdigt und sein Einfluss auf den Verein dauerhaft gewahrt. Auch wenn das Bruchwegstadion nicht mehr im Mittelpunkt des Bundesliga-Geschehens steht, so ist seine Bedeutung für Mainz 05 ungebrochen. Die geplanten Umbaumaßnahmen und die neue Nutzung als Nachwuchsleistungszentrum sichern die Zukunft des Stadions. Es wird weiterhin ein Ort sein, an dem Fußball gelebt wird und neue Talente gefördert werden. Was macht das Bruchwegstadion so besonders? Das Stadion ist tief in die Geschichte von Mainz 05 verwurzelt und hat viele Generationen von Fans begleitet. Die engen Ränge und die Nähe zum Spielfeld sorgten für eine einzigartige Atmosphäre, die viele Fans vermissen. Das Bruchwegstadion ist mehr als nur ein Stadion, es ist ein Symbol für die Identität der Mainzer. Als Heimstätte des Nachwuchsleistungszentrums spielt das Stadion eine wichtige Rolle für die Zukunft von Mainz 05. Das Bruchwegstadion mag sich im Laufe der Jahre verändert haben, doch sein Geist ist unverändert. Es bleibt ein Ort, an dem Fußballleidenschaft gelebt wird und an dem unvergessliche Erinnerungen entstehen. Für viele Mainzer ist das Bruchwegstadion mehr als nur ein Stadion, es ist ein Stück Heimat. Aktuell hat das Bruchwegstadion eine Kapazität von 7134 vollständig überdachten Plätzen. Diese sind aufgeteilt in 5754 Sitz und 1380 Stehplätze. Die Eintrittskarten zu den Spielen der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest kosten zwischen 5 und 12 Euro. Erwerben kann man die Karten an den Heimspieltagen an der Tageskasse am Haupteingang. Diese öffnet eine Stunde vor Spielgängen. Der Zuschauereingang befindet sich gegenüber der Eissporthalle. Noch eine weitere Besonderheit. Auf der Haupttribüne herrscht freie Platzwahl. Wer also schon immer mal auf Plätzen vor einer Loge oder der Pressetribüne sitzen wollte, hat hier die Gelegenheit dazu. Einen Link mit den Hinweisen zur Anreise mache ich in die Beschreibung. Vorweg nur ein kleiner Tipp von mir. Wenn es möglich ist, kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da die Parkmöglichkeiten im Umfeld doch sehr eingeschränkt sind. Kommen wir noch zum Fazit des Besuchs. Die Geschichte des Bruchwegstadions ist eine faszinierende Reise durch die Zeit, die man noch im Stadion erkennen kann. Von den bescheidenen Anfängen bis zur modernen Anlage. Das Stadion hat sich immer wieder verändert, aber seine Bedeutung für Mainz 05 und seine Fans ist ungebrochen. Als Ort der Tradition, der Leidenschaft und der Zukunft wird das Bruchwegstadion auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen. Mir jedenfalls hat der Besuch sehr gefallen. Das war's für heute aus dem Bruchwegstadion. Aber die Reise geht weiter. In meinem nächsten Video geht es in eine ganz andere Ecke Deutschlands, wo ein ganz anderes Stadion auf mich wartet. Lasst euch überraschen, welche Geschichten wir dort entdecken werden. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und verpasst kein weiteres Video. Schreibt mir in die Kommentare, welches Stadion ihr als nächstes sehen möchtet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Stadion Tester.